Ich wollte es nicht machen, ich könnte es nicht machen, ich werde dafür nicht gemacht. Ich würde lieber irgendwo tot über den Zaun hängen. Meme-Container. Es sind wieder wahnsinnig viele Typen. Das war im Grunde genommen die Hoffnung, die ich hatte. Also ich wollte eigentlich nur mal mit dir in einem Video. Guck mal. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Da drehen wir den Kopf um. Spezialisten wie ich erkennen das sofort und drehen den Kopf um, dann kann gar nichts schief gehen. Ähm, er kann nicht fliegen. Wir können ein wenig schmunzeln über die Sachen, die Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Aber selbst mit den Kleinigkeiten, die keine sind, die gefehlt haben. Meine Güte. Wisst ihr woran das liegt? Weil ich keinen habe. Wir haben hier wieder den Gutschein dabei. An der Kasse vom Legoland gibt es für jeden Erwachsenen ein Kind kostenlos. Und mir fehlt sofort wieder Zeug. Natürlich. Hat irgendjemand auf der Welt irgendetwas anderes jemals gedacht? Ähm, messen wir ihn erstmal aus, den Kollegen hier. Weil das ist, das ist ein großes Teil. Junge, Junge. Verspricht viel Spaß und viel Freude auf 88, bisschen Zentimetern. Das ist dramatisch. Schande über mich, auf mein Haupt und die Asche und alles ist dabei. Es ist dramatisch. Das ist nicht klug. Das ist einfach nicht klug. Hier in Frankfurt am Meer ist es sensationell. Wir haben es super warm. Ich glaube, es ist besser. Also es ist auf jeden Fall besser. Aber Onkel, wie viel Platz brauche ich denn? Ich erzähle dir wieder was vom Pferd. Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Schnell weg. Das System ist gruselig. Es wird den Tag geben, an dem es verschwindet. Das ist der Tag, an dem wir feiern. Ich habe wirklich zwischendurch mal ein bisschen Lebenslust verloren. Aber ich habe durchgezogen und dann ging es irgendwie. So, dann kommen wir hier noch auf eine Seite, die bei mir gemischte Gefühle hervorruft. Vielleicht seid ihr total begeistert. Zwei, drei Sachen kann ich mir nicht erklären, aber dafür habe ich ja euch. Ne? Richtig. Cheers. Kann nichts. Hatte aber ein großes Loch. Keine Funktion. Zeige ich euch. Verlinke ich euch. Dort habe ich es her. Geht schnell. Ihr schickt ihm dann die 20 Dollar. Ist wesentlich cooler. Wesentlich cooler. Macht viel mehr Spaß. Ist viel unterhaltsamer. Abwechslungsreich. Coole Bautechniken. Überraschende Bautechniken. Da kommt Gaudi auf, wenn man das baut. Hier nicht. Ich trinke Alkohol. Ich bin über 80. Ich darf das sagen. Ja, genau. Setzt auf. Sensationell, oder? Sensationell. Das ist so ein grober, so ein grober Unfug. Das habe ich noch nicht gesehen. Alle sterben. Alle tot. Da ist so goldener Staub hier entlang gewabert. Ach, fliegt hier ab. Steppt der Bär. Es ist unfassbar. Hier fliegt die Kuh. Hier wird richtig gefeiert. Also katastrophal schlimm. Das Ding ist so sch... Also... Boah, das Ding ist so schlecht. Das ist... Also meine Güte, das kannst du doch nicht rausgeben. Ich komme mal. Da geht nämlich auch noch einiges. Und das ist schon üppig. Kann man gar nicht anders sagen. Also hier oben sind Fails. Der ist komisch, aber ulkig. Ist okay. Der hat einen lustigen Rüssel. Ist mir sofort sympathisch. Der sieht unappetitlich aus. Und wir gucken mal durch. Ist mir doch egal, ob es dumm ist. Und es ist mir doch egal, ob es rücksichtslos ist. Das zert man wie ein Stier. Und Haut fliegt in Fetzen. Das ist großartig. Uh. Flöte spielen. Das ist ein großer Plan. Ich verstehe das nicht. Diese Diskriminierung von Türen bei uns in der Gesellschaft mittlerweile. Und Türinnen. Das finde ich nicht in Ordnung. Du musst auf nichts verzichten. Und du sparst ein paar Tausende. 70. Und das hier ist aber der allergrößte. Und ich wollte natürlich den längsten haben. Brauchen wir nicht drüber reden. Die meisten Mädchen im Alter von 5 Jahren und darüber lieben das Rollenspiel. Ich mag das auch. So. Und das hier ist ein Welterfolg. Ich bin mir sicher, davon werden wir in Jahrzehnten noch sprechen. Und uns gegenseitig leicht betrunken. Schunkelt irgendwie mit Tränen in den Augen. Erklären, wie toll das war. Warum ist das nicht länger, das Ding? Wenigstens bis hier? Also wenigstens doppelt so lang. Viel dicker. Das hätte einwandfrei funktioniert. Keine Ahnung, was er macht. Und was hat sich geändert, fragt ihr? Ja, es ist einfach alles teurer geworden. Richtig. Ich finde, ich meine, es ist schon groß. Es ist ja eigentlich schon relativ gewaltig sogar. 30, 30, gut 10. Bisschen knubbelig. Ist ja was für die Mädels. Können sie viel Spaß haben, denke ich, oder? Genau. Ein Baumhaus. Richtig. Da ist ein Baum. Da ist ein Häuser. Baumhaus. Hervorragend. Ein schönes Ding. Der Bucketwheel Excavator. Ist das nicht klasse? Das Ding. Ries ein Teil. Diese Tagebaubagger sind einfach im Traum. Das Ding ist gut. Das Ding kann das nicht. Ein Riesengeschoss. Ein Riesengeschoss. Und ich messe es mal kurz aus, damit wir über das Gleiche reden. Wir sind von hier hinten bis vorne. 74 Zentimeter. 73 Zentimeter. Riesig. Einfach der beste erster Versuch. Sag ich mal. Hör. Was da los war. Da war alles. Alles. Der Tod war nah an jeder Ecke. Und ich mittendrin. Wir messen aber mal. Weil wir haben hier einen mächtigen Oschi. Und ihr wisst. Das ist der Kanal für die ganz dicken Dinger. Wir sind bei ein paar 70 Zentimeter haben wir schon hier. Also vom Kanönchen. Die bewegen sich die Kanonen. Deswegen kann ich da ein bisschen schlecht gegenhalten. Voluminös. Ist sehr ungleich im Gewicht verteilt. Hier hinten ein riesiger Klotz. Hier vorne ist es ziemlich spärlich. Werde ich auch gleich sehen, wenn ich es versuche zu hantieren. Denn es wird ein Geäumel. Aber das ist für uns alles völlig in Ordnung. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ganz sicher. Braucht sich auch die Familie nicht mehr drum kümmern. Manche müssen zurückgelassen werden. Das ist hier der Fall. Ganz entspannt die Erwartungen erstmal unten einordnen. Und dann können wir schauen, ob man vielleicht eine positive Überraschung daraus finden kann. Es ist gruselig langweilig. Und ich verstehe das nicht. Und böse langweilig. Meine Herren. Das macht keinen Spaß. Und einfach nur stupide langweilig. Und extrem wiederholend. Extrem wiederholend. Das ist echt. Das ist kein Spaß. Ja, das ist halt für das Vergnügen am Nachmittag für die ganze Familie ein kleiner Geigen. Natürlich hier unten auch mit Klappe. Bis zum nächsten Mal.